Oh, wir spielen... Oh, was war das denn? Wir spielen eine Runde Doombots of Doom. Kennen Nucho gar von Timer-Dinger in diesem Modus. Also, ich denke mal Blitzcrank feuert ein paar mehr Hooks raus. Und der Ultradius wird wahrscheinlich so ungefähr wie bei der Mumu-Ult sein. Udi habe ich gar keine Ahnung, was soll denn da passieren? Und jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal in den Spielmodus. Erstmal den Bots Emusestupe schreiben. Wir müssen 15 Minuten, glaube ich, waren das zu überleben. Ja, okay. Ist ja ein bisschen obviess, dass man 15 Minuten überleben muss. Ich mag diese Rauchschwan schon mal sehr gerne. Was ist das? Oh, scheiße! Scheiße, Jungs! Ich bin einfach fast... Das hat mir 170 damage gemacht. Was zum Dreck! Die Ficke fliegt einfach nochmal zurück. Da kommt ne Bart-Ulti. Jo! Warum ist der schon Level 2, der Wichser? Alles gut! Auf! Ah, Minions! Fuck! Was zum Dreck! Weg! Okay. Was macht der Ficke scrum auf meiner Lane? Da will ich nicht hin. Und... Bup! Ich kann nicht weg! Oh! Oh mein Gott! Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Jetzt hat der ne Yasuo Windwall! Da kommen einfach so drei Blitzcrankhooks! esther! Scheiße! Jetzt haben die Aurelion Solviks um sich rum. Ohhhhhhh! Habt ihr dieses Blitzcrank-Schild gesehen? What the fuck? Ich benutze Sonyaas Er killt mich noch Aber ohne finished Nein Es ist und bleibt Okay, sie ist genauso wie in den letzten Jahren Alter, ich bin schon ein Scheißchen Nein Oh, nee Hat die Deathfire Touch Nee, hä, was hat mich umgebracht? Minions? Ja, das ist halt mega easy dann Die Dodgen halt gar nicht Ja, das ist einfach Genau deshalb Jhin Warum Jhin? Deshalb Da kann man nicht dodgen Wie? Holy fuck Der hat mich gewone-hitted Mit den ganzen Shutdowns Immer wieder Ey, Half-Life Und man kann das nicht dodgen Na gut Busted Aber die Doom-Words sind echt heftig Die rippen uns weg Geiles Internet, Junge Das war jetzt echt jeder Runde so, oder? Dass ein Lahmarsch dabei war Der echt Die Connection Des Bambus Hatte Der wohnt im Dschungel Der So, gunblade Auf Brigade Soit Das Die 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 Oh no Fuck Einfach angreifen Nein BUST IT Rain mit dem Prozentualen Schaden könnte ganz geil sein Glaub ich Oh nein Gut Jinx 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 Das war die schlechteste Runde bis jetzt Oh man Hente aqui Putz Oh fuck Wenigstens haben wir es noch bis zum Timo geschafft Muss man ja mal dazu sagen Klammer sich die Hälfte der Kills Der Set ist halt komplett useless 2-12 Ja super wiedergewonnen Fucking Zed Also Leider nicht einmal gewonnen Aber trotzdem Ein gespaß eigentlich gehabt Der Spiel ist echt cool Ähm Auch wenn ich jetzt leider noch nicht gewonnen habe Und ich hoffe Wir sehen uns auch Beim nächsten Mal wieder Oder Bis zum nächsten Mal.